Es war sehr heiß heute und wie ich gegen 8.30 Uhr angekommen bin, waren die Eltern mit den Kleinen hier auf der großen Wiese am spielen. Yuki hat heute sehr viel mit den Kleinen gespielt, dann hat sich Tani noch dazwischen gewürfelt und irgendwann war ich auch irgendwie mitten involviert. Das heißt, Yuki ist dann um mich herum gerannt und Tani springt über mich drüber um an Yuki ranzukommen. Die Kleinen sind mittendrin, es ist ein riesiges Spiel. Natürlich ohne dass mit mir jetzt wirklich gespielt wurde, weil dafür bin ich einfach zu langsam und zu ungestüm. Aber mittendrin und jetzt gerade haben die Eltern die Kleinen ins Bett geschickt. Das heißt, da kommen die beiden jetzt. Ganz da hinten ist die Höhle und die Kleinen wurden jetzt regelrecht von den Eltern ins Bett geschickt und jetzt haben wir ein wenig Zeit, einfach den Abend noch zu genießen, ein bisschen und einfach ein bisschen abzuschalten. Weil ja, die Eltern sind jetzt beide auch glatt, die sich die ganze Zeit jetzt mit den Kleinen verausgabt haben und einfach hier gemütlich gemacht haben. facilitate. Viewsei. Viewvoice. ViewIfั้ Jags. Viewpad. View fre utilise auch auf und auf. View활 Cauch.